Auf der Suche nach dem perfekten Ort für ein Auslandsstudium? Wir haben genau das richtige Land. Österreich liegt im Herzen Europas und hat schon immer Menschen aus der ganzen Welt angezogen. Hier treffen Tradition und Moderne aufeinander. Aber was hat es mit diesen Lederhosen und Dirndln auf sich? Die Österreicherinnen und Österreicher tragen die ja scheinbar jeden Tag. Ist das wirklich so? Natürlich nicht! Hier ein paar Fakten. Größe 83.871 Quadratkilometer, Bevölkerung 8,7 Millionen, Hauptstadt Wien, Mitglied der Europäischen Union, selbstverständlich. Aber wie ist das jetzt mit dem Studium? Österreich hat 70 hochkarätige Hochschulen mit mehr als 380.000 Studierenden, davon 25% internationale Studierende. Das Hochschulsystem ist Teil des Polonia-Prozesses. Das bedeutet einfache Mobilität innerhalb der Europäischen Union und gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen. Weitere Vorteile. Studienprogramme in englischer Sprache, diverse Stipendien und Forschungsförderungen und leistbarer Wohnraum in einem unserer ökologischen Gästehäuser. Österreich ist bekannt für seine Musik- und Kunststudien. Spannende Studienprogramme bieten die Hochschulen auch zu den Themen erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Tourismus. Und für die berufliche Laufbahn nach dem Studium gibt es Forschungseinrichtungen auf höchstem Niveau. Und das Leben hier, nun sagen wir es so, Lotrisch, Douce Point. Wien steht seit Jahren auf Platz 1 der lebenswertesten Städte der Welt. Nicht unbedingt deshalb, weil Österreich den Eurovision Song Contest gewonnen hat, sondern wegen der hervorragenden öffentlichen Verkehrsmittel, der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität und eines erstklassigen Kulturangebots. Apropos Kulturangebot. Bestaune weltberühmte Kunstwerke, verbringe den Tag oder die Nacht im Museum oder besuche eines unserer berühmten Theater- oder Opernhäuser. Wohin die kulturelle Entdeckungsreise auch führt, geh es gemütlich an und schließe Freundschaften. In Stimmung für Party? Ein super hippes Open-Air-Festival, ein klassisches Konzert oder der nächste, wie es ist schon 9 Uhr Club, sind gleich um die Ecke. Party macht hungrig. Heißer Tipp, die Käsekreiner schmeckt am Bürstelstand am besten. Und danach, oh ja, ein zuckersüßer Apfelstrudel. Zu viel des Guten? Wie wär's mit ein bisschen Bewegung? Euda! Euda? Noch nie etwas von Euda gehört? Dann wird's Zeit. Wörtlich übersetzt heißt es Alter. Steht aber für fast alles. Weitere typisch österreichische Ausdrücke sind Kresseng, Leihwand, Spusi, Boccal und Beisel. Kleine Pause von Österreich gefällig? Dann ab in den Zug, ins Flugzeug oder aufs Schiff. Ganz Europa liegt zum Greifen nah. Entdecke Neues. Highlight your future. Study in Austria. Das ist Census-Best für Mitarbeiter. Auch jeder cupcake ist. Bis zum nächsten Mal. 可 Sie sprechen K mantelnd. guess